Jo Leute, was geht? Kurzes Info-Video für euch. Auf jeden Fall wird eine neue Kleinstmaschinenpistole ins Spiel reinkommen. Die wird es auf jeden Fall episch und legendär geben, wird ein 50-Schuss-Magazin haben und ich blende euch jetzt hier mal kurz den Sound und Nachlade-Sound der Kleinstmaschinenpistole ein. So wird sich auf jeden Fall die Kleinstmaschinenpistole anhören und so ungefähr aussehen. Jo Leute, ich würde sagen, jetzt kaufen wir uns noch kurz diesen bissigen Taucher hier. Den wollte ich mir eigentlich gestern kaufen, aber ich war mir noch nicht so sicher. Aber ich werde ihn jetzt mit euch kaufen. Da gegönnt Leute. Und ja Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn nicht, lasst ein Dislike da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal Leute. Ciao. Ciao.